Yo, was geht ab meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf DOWG und zwar dreht sich unsere heutige Folge wieder mal um den Rapper Moiskit sowie auch Majestic Astro, meine lieben Freunde. Nachdem Moiskit schon mit seinem Track 1991 schon seine ganze Community sowie auch viele, viele Rapper beeindruckt hat, meine lieben Freunde, folgt jetzt der nächste Track von der Killer GmbH Crew, meine lieben Freunde. Der CEO der Killer GmbH Moiskit hat es schon vorgemacht, jetzt kommt der Majestic Maestro hinterher, meine lieben Freunde. Sein Track wird am 30.08.2019 released, meine lieben Freunde, auf Moiskit dem Anschein nach, also es gibt keinen weiteren Kanal, also es wird wahrscheinlich auf diesem Kanal gepostet sein, meine lieben Freunde. Und zwar erwartet uns der Track namens, warten Sie mal kurz, ich schaue mal eben auf Instagram, ja genau, Hayatim, Hayatim, ja, also das ist türkisch-arabisch, meine lieben Freunde, Hayatim, Hayatim bedeutet Leben und Hayatim mein Leben oder irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Also Leben, schätze ich mal. Also es wird wahrscheinlich ein Realtalk-Video sein, meine lieben Freunde. Man kann auf Instagram, wie gesagt, sehen, okay, es geht auf jeden Fall ab wie auf der Love Great. Sie wissen noch nicht, beide sind schon mal zu sehen, meine lieben Freunde. Also demnach wird es wahrscheinlich ein Leak-Video sein. Also wahrscheinlich wird er sich komplett zeigen, der Majestic Astro. Also man sieht in dem Bild auf Instagram, er trägt zwei verschiedene Paare Nikes. Oder ist das ganz normal, dass es zwei verschiedene sind? Ich habe keine Ahnung, meine lieben Freunde, ob das wirklich so ist oder sie ziehen. Ich weiß es nicht, meine lieben Freunde. Auf Moiskit gab es schon eine kleine Ankündigung, dass der nächste Track von Majestic rauskommt. Ja, wir sind auf jeden Fall alle gespannt und ich würde sagen, wir warten auf jeden Fall die nächsten Tage ab. Es wird auf jeden Fall krass werden, es wird natürlich wieder Millionen von Klicks bringen, so wie Moiskits Track 1991, das auch schon innerhalb von einigen Tagen schon Millionen eingebracht hat für den Rapper oder YouTuber oder was auch immer. Yo, das war es mit meinem Video, meine lieben Freunde. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr regelmäßig am Start seid. Ich bin auf jeden Fall regelmäßig am Start, ich supporte euch, supportet ihr mich bitte auch zurück. Dann gibt es auf jeden Fall für uns alle gegenseitigen Support und alle haben Glück und alle sind froh und munter. Ja, das war nicht sehr toll. Ja, das war es auf jeden Fall. Ich danke euch. Peace in Out.